Ja, ich sehe immer deine ganzen Werbeanzeigen und auch die Testimonials von deinen Coaching-Teilnehmern. Aber sei mal ehrlich, Olli, ist das alles real? Sind die Ergebnisse, die dir erzählen, real, weil 200.000, 300.000 Euro gewinnen als normaler Angestellter in einem Jahr? Kann das überhaupt sein? Die sind alle absolut echt und es sind auch echte Menschen dahinter, die echt eine Leistung vollbracht haben. Das eine ist ja, dass ich den Leuten das beibringe und das andere ist natürlich das Umsetzen. Und gerade bei einem Coaching ist es so, du wirst reingesogen in diesen Erfolgstrichter, würde ich mal sagen. Und das ist ja auch das Besondere am Coaching, dass du nicht nur ein paar Infos hingeschmissen kriegst, sondern dann kommt das Implementieren. Du musst es umsetzen, du musst die Schritte gehen und da haben wir eben ja auch Leute im Coaching, mit denen du dann zusammenarbeitest, die genau schon diese Schritte gegangen sind, die du jetzt gehen möchtest. Und dann kommt natürlich die Transformation. Du wirst ein anderer Mensch. Was man immer, ja irgendwie so komisch hört sich das an, du wirst ein anderer Mensch. Aber du wirst positiver denken, du wirst dich konzentrieren auf Sachen, die du machen musst. Du wirst Erfolge verspüren, auch kleine Teilerfolge. Und das macht es eben aus, dass dann sehr viele von uns eben auch wirklich erfolgreich werden. Sie kriegen eben die richtigen Werkzeuge an die Hand, plus die Community, plus eben noch die Motivation durch eigene Erfolge. Und wenn du dann dieses, gerade sagst, von außen schon siehst, dass diese Erfolge möglich sind, was glaubst du, was bei uns im Coaching ist, wenn du in diesem Coaching drin bist und diese Erfolge siehst. Wirklich reale Menschen, mit denen du dich unterhältst, mit denen du die Schmerzen teilst, die du jetzt noch hast, aber die sich dann ineinander einfach auflösen, weil du einfach mit den Menschen sprichst, die genau das machen. Viele sind ja auch einfach so angefangen, wie du jetzt. Die hatten keine Informationen und hatten keine Erfolge vorher. Und dann kommen die in ein Coaching und lernen das total anders kennen. Also es ist eben schon Wahnsinn, was man so bewirken kann in dem Menschen, wenn er echte Ziele hat, wenn er wirkliche Schritt-für-Schritt-Vorgaben hat und dann noch durch die ganze Community mitgezogen wird. Das ist schon wirklich echt, sind echte Menschen und echte Deals. Ja, cool. Du sagst jetzt Community. Das ist ja wirklich ein großer Bestandteil wahrscheinlich. Du hast ja sehr viele Teilnehmer auch. Aber wie läuft das Coaching denn generell ab? Also was sind da so Maßnahmen? Also kann man da mal so ein bisschen was erzählen zu? Ja, das Wichtige ist ja, am Anfang weißt du ja nicht so richtig, was soll ich eigentlich einkaufen? Welche Immobilie ist richtig? Das ist zum Beispiel ein großer Teil von unseren Live-Coachings, dass wir uns genau anschauen, was ist an der Immobilie zu machen? Passt die in den Markt? Kann ich dir dazu raten, die Immobilie zu kaufen oder eben nicht? Ich glaube, das sind viele Ängste, die wir dir da schon nehmen können. Dann besprechen wir auch in den Coachings, welche Maßnahmen musst du machen, um die Immobilie besser und schneller zu verkaufen? Auch das gehen wir Schritt-für-Schritt durch. Und dann kommen natürlich ganz viele Sachen noch, was muss im Kaufvertrag drin stehen, welche Formulare nutzt man für den Einkauf oder auch für den Verkauf? All diese Sachen besprechen wir. Und dafür haben wir eben auch mehrere Live-Coachings mit mir oder meinen Top-Coaches die Woche, dass wir dich wirklich an die Hand nehmen und du jede Frage stellen kannst, absolut jede Frage. Und auch wenn viele zu mir sagen, Mensch, diese Frage hast du ja schon tausendmal beantwortet, macht nichts. Stell diese Frage, wir gehen drauf ein, wir gehen genau auf dich drauf ein und du sollst die Sicherheit spüren, die eben andere auch schon gespürt haben. Und das kommt durch diese Sicherheit, die du dann hast, kommt dann auch dein Umsetzungswille. Ja, das ist schon eine sehr, sehr wichtige Sache. Also ist das auch sehr individuell auf den Nutzer ausgelegt und nicht nur irgendwie ein stumpfes Video-Coaching, wo man dann sich was anguckt, sondern man kriegt dann auch eine Beratung. Und wenn man jetzt wirklich die erste Immobilie hat, dann auch ein bisschen so einen Beistand, was man jetzt eigentlich machen soll, weil man hat ja schon viele Schritte einzuhalten. Ja, ganz genau. Wichtig ist, dass du erstmal die Grundlagen lernst durch diesen Videokurs. Die Coachings sind eigentlich aufbauend auf die Videomodulen. Wenn du irgendwas nicht verstanden hast, sprichst du uns an. Wir haben ja zum Beispiel auch eine Facebook-Gruppe, schreibst dem Support, wenn du nicht weiter weißt. Oder wir sprechen dann in den Live-Calls genau darüber. Du kannst sogar die Immobilie präsentieren. Wir machen das dann im Sharing, dass du eben wirklich uns Fotos und Bilder zeigen kannst von der Immobilie und nach Rat fragen kannst. Also es ist egal, was wir haben. Von der Finanzierung, von den Vertragsgestaltungen, von der Aufbereitung der Immobilie, Einkauf, Aufbereitung, Verkauf, Handwerker, all das besprechen wir ja. Und da lässt sich keiner alleine. Ja, und wer ist da so in deinem Coaching drin? Also sind das dann eher so Unternehmer oder sind das eher Investoren oder Immobilienbesitzer, die schon viele Immobilien haben? Also wie kann man sich das vorstellen? Sind auch jüngere Leute? Ja, wir haben natürlich von bis, wir haben ja jetzt schon einige hunderte von Coaching-Teilnehmern im Coaching drin. Der typische Coaching-Teilnehmer hat schon zwei, drei Immobilien, so wie du und möchte jetzt eben starten und zusätzliches Eigenkapital aufbauen, um sich noch mehr Immobilien zu kaufen, die er dann später auch vermietet, um dann passives Einkommen zu generieren. Ja, dann gibt es eben auch Unternehmer, die das wirklich unternehmerisch starten möchten und dann eben aber auch einen höheren Anspruch an den Umsatz und an den Verkaufszahlen hat. Jemand, der das nebenbei machen möchte und sein Ziel ist, 200.000, 250.000 im Jahr zu verdienen, der kann das mit vier, fünf Immobilien machen. Dafür brauchst du natürlich nicht so viel Zeit, weil Zeit spielt ja auch eine große Rolle. Man hat ja auch noch Familie und vielleicht auch noch seinen Job und möchte dann nicht das Vollzeit machen. Aber der nächste Schritt wird dann sein, dass du sagst, ich verdiene jetzt so gut mit diesen Immobilien, wenn ich vier oder fünf mache und verdiene 250.000, wie viel könnte ich erst machen, wenn ich meine volle Zeit einsetze? Und das ist dann der nächste Sprung bei uns, dass es dann eben aus den Angestellten, die es nebenbei machen, der Unternehmer wird, der dann vielleicht ein kleines Team beschäftigt, um dann 10, 12, 15 Immobilien zu handeln im Jahr. Und natürlich, da geht es auch weiter. Wir haben auch welche, die 100 Einheiten im Jahr handeln. Dann gehört schon natürlich ein etwas größeres Team dazu, aber da sind auch die Umsatzzahlen schon im zweistelligen Bereich von Millionen. Weißt du, welche Frage mich dazu dann stellt? Also warum machst du dann nicht mehr Fix und Flips und warum bringst du es dann lieber bei? Weil im Prinzip wäre dann viel mehr für dich dabei, wenn du das alles selber machen würdest, die ganzen Deals. Ist es die Leidenschaft oder macht es dir Spaß? Oder ist es, weil du schon alles auf dem Markt gemacht hast und einfach mal was Neues suchst? Na, es ist einfach so gekommen, dass viele mich gefragt haben, wie funktioniert das? Du kaufst so viel Immobilien, du wertest die schön auf, verkaufst die. Und ja, da habe ich eben ein paar Freunden von mir das beigebracht. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich auch denen diese Erfolge vermitteln konnte, die es dann auch so Schritt für Schritt umgesetzt haben, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist ja wirklich eine tolle Sache, den Leuten das auch beizubringen. Ich kann nicht überall sein. Manchmal sind auch die Märkte erschöpft und ich habe auch nicht unendlich Zeit. Und ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich sage, ich brauche nicht mehr so viel. Ich kann nicht fünf Schnitzel essen. Ich habe für mich eben auch viel erreicht und kann aus meinem Vermögen leben. Diese Sache, die ich jetzt mache mit dem Coaching, das weiterzugeben, mache ich wirklich aus Leidenschaft und nicht aus Antritt, dass ich jetzt da Millionär durch werden muss, weil das bin ich schon vorher gewesen. Ja, das ist sehr cool. Das ist auch ein gutes Stichwort, weil ich hatte noch eine letzte Frage. Und zwar, was ist so der größte Erfolg von deinen Coaching-Teilnehmern gewesen? Also was kann man das irgendwie messen oder könntest du da auch was zu sagen oder darfst du es vielleicht nicht sagen? Ich kann schon sagen. Also das ist aber auch verschieden. Ich habe jetzt gerade zwei Jungs gehabt, die mit ihrem Vater zusammen dieses Business machen, auch für Schritt für Schritt gelernt, ganz von unten angefangen. Und die haben jetzt innerhalb der letzten zwei Jahre 21 Deals gemacht mit Millionen Gewinnen. Ja, und das ist eben so toll, dass man sowas rüberbringen kann und den Leuten zeigen kann, wie funktioniert es, auch mit einem guten Gewissen Immobilienhandel zu betreiben. Weil das ist auch bei vielen so, dass sie sagen, Mensch, das sind ja alles Immobilienhaie und so. Das ist aber ja nicht so. Wir bringen ja auch eine Dienstleistung, weil wir wirklich Immobilien aufwerten, dann energiesparend ausstatten und auch dann eben für die Umwelt was tun, dass wir auch Immobilien modernisieren, renovieren, die dann wirklich noch für die nächsten Jahrzehnte wirklich vernünftig funktionieren. Und dann gibt es natürlich auch einzelne Sachen. Wir haben Deals, wo 500.000 pro Deal verdient wurden und wir haben auch welche, die machen 60 Deals im Jahr. All das ist möglich und wir haben da wirklich keine Grenzen. Wir haben jetzt aus 14 Ländern Teilnehmer und in allen Ländern funktioniert das. Wir haben alle Einkommensklassen und das Ideal ist natürlich, wenn du schon ein bisschen was hast, ein bisschen Infos und Input mitbringst, um dann diese ganz neue Systematik umzusetzen. Dann wird es dir auch Spaß machen und du wirst erfolgreich sein.